Hello Friends, Michael Buchinger hier. Ich bin YouTuber und ich werde euch heute durch ein interaktives Quiz führen. Für den Stay at Home Summer werde ich euch Fragen stellen und ihr könnt dann entweder links oder rechts auf die Antwort klicken, um zum nächsten Video zu gelangen. Und weil ich natürlich auch einen Bildungsauftrag hier bei Galileo habe, werde ich euch immer noch wissenswerte Fun Facts zu Berlin liefern. PC Nutzer können die Antworten im Video klicken und alle mobilen Nutzer finden die Antworten in der Infokarte. Okay, kommen wir auch schon zur ersten Frage. Was hat wohl einen höheren Lichtschutzfaktor? Wenn ich mich mit Nutella einreibe oder aber, wenn ich über einen längeren Zeitraum verteilt, Wassermelonen esse? Okay, die Zeit ist vorbei.